Du bist gerade noch im Kampf gegen Kramut? Ich bin aus dem Sinn da reingefahren, ja. Okay, Rico, ich rede gerade mit Genf. Was sei? Und er ist mein Pokémon-Trainer und trainiert nicht gerade. Ja, ich bin der lebende Pokédex. Ja. Sonflora, das Pflanzen-Pokémon. Sonflora verwandelt Solarenergie in Nährstoffe. Tagsüber, wenn es warm ist, ist es sehr aktiv. Wenn aber die Sonne untergegangen ist, hört es auf, sich zu bewegen. Guck jetzt, wie sammle ich das ein? Ich kann ja nicht da drauf. Oh, wow. Ja. Und eigentlich will ich... Ah, da ist was. Eigentlich will ich dann... Oh, das ist ein Pokémon. Was? Was ist das denn? Ist das ein Drachen-Pokémon? Nein. Fuck. Ich habe es getötet. Boah, Alter. I hate me. Ich habe es zugegangen. Vielen Dank.